ein wunderschönen guten morgen leute ich habe hier hinter mir den neuen hyundai ioniq 5 stehen den hat mir das autohaus lackermann in bocholt zur verfügung gestellt da vielen dank auch an den herrn boland das ist der verkäufer der es möglich gemacht hat und ich will mir heute mal die vehicle to load funktion des hyundai ioniq anschauen da ist nämlich ein adapter beim auto dabei wo man dann auch strom über die typ 2 dose wieder in einen anderen verbraucher speisen kann und da ich hier auch meinen hyundai kona elektro den kleinen bruder des ioniq 5 stehen habe werde ich jetzt mal ausprobieren ob man im notfall den kona elektro mit dem ioniq 5 wieder aufladen kann das ist also inhalt des heutigen videos und wir legen direkt auch mal los ich sitze jetzt also mit yoniq 5 und bevor ich jetzt hinten den adapter an die typ 2 dose anschließen kann muss ich erst mal im auto ein paar einstellungen vornehmen und das machen wir jetzt direkt mal hier im hauptmenü unter ev gelangt ihr an die entsprechenden einstellungen hier haben wir dann also energietransfer vehicle to load das klicken wir mal an und hier kann man dann jetzt auch vorgeben wie viel energiemenge man dem verbraucher zur verfügung stellen kann also wie viel mindest akkustand man auf jeden fall behalten möchte ich lasse es jetzt mal bei 30 prozent einfach stehen wir haben 49 prozent im akku sollte also kein problem sein das lassen wir so und ich öffne jetzt auch erst mal die ladeklappe das geht entweder hier über den schlüssel über diesen hold button hier mit dem stecker oder man kann es auch per sprachbefehl machen ich aktiviere also den sprachbefehl ladeklappe öffnen ladeklappe wird geöffnet und schon hat sich die ladeklappe geöffnet und da müssen wir jetzt den adapter noch einstecken und der adapter befindet sich unter dem ladeboden des ionik so den haben wir dann da hinten rechts ist das gute stück wenn ich jetzt dran kommen so da hätten wir den schon mal ich öffne das paket gerade mal das seht ihr auch den adapter und der kommt dann hier in die typ 2 dose ich stecke das gerade mal ein bin also sehr gespannt es ist auch direkt eine bedienungsanleitung mit dabei die ist jetzt hier auf koreanisch wahrscheinlich mal sehen ob ich das hinbekomme es ist gott sei dank auch eine deutsche anleitung dabei ich schließe den stecker jetzt mal an so ist angeschlossen und jetzt muss man hier diesen knopf drücken und dann sollte es grün leuchten oben es leuchtet hier auch grün da sieht man dass es grün leuchtet und jetzt kann man hier in diesen bereich diesen adapter zusammendrücken dann geht das hier schon nach unten dann sehen wir hier den stecker da werde ich jetzt also gleich mal den kona anschließen und dann hat man hier so eine öffnung kann also das wieder zu klappen dann ist das ganze auch wettergeschützt und das machen wir jetzt mal jetzt schließen wir also den kona mal an hier haben wir dann den ladeziegel des hyundai kona den schließe ich ja also mal an es sollen angeblich 3,6 kw leistung gezogen werden mal sehen ob ich den hier reinbekomme jetzt müsste eigentlich gehen und wir sehen er zeigt hier 12 ampere an das heißt also das ist jetzt das auf das der ziegel eingestellt ist das sollten also 2,6 kw ungefähr sein ich will es auch jetzt nicht übertreiben wie gesagt 3,6 kw kann der ionic laut angabe von hyundai tatsächlich zur verfügung stellen jetzt schließen wir noch den kona an aber klappe auf also er ist auch nicht leer also ich müsste jetzt nicht laden aber wir wollen das ganze ja mal demonstrieren so ich musste übrigens auch um parken sonst wäre das kabel zu kurz gewesen jetzt reicht es aber wir stecken ein er hat verriegelt zumindest er lädt er lädt das funktioniert das sieht echt so aus als würde es funktionieren hier ist auch grün also er scheint das vom prinzip her zu können jetzt gucken wir mal was der kona innen anzeigt also einmal rein hier und wie wir sehen können lädt der kona mit 2,6 kw gespeist von seinem großen bruder dem ionic 5 das auto also der ionic 5 ist natürlich aus jetzt das heißt also man könnte das auto ganz normal abschließen das mache ich gerade noch mal aber ich gehe davon aus dass er dann weiter lädt gut ich mache dann also die heckklappe einfach mal wieder zu zack sollte also zu gehen jawohl geht zu und es leuchtet wie gesagt grün hier es sollte also laden ich mache jetzt den ionic mal zu auto ist abgeschlossen und er zeigt hier immer noch an dass er strom zur verfügung stellt man sieht das hier an diesen leucht leds übrigens sehr stylisch gemacht gefällt mir jetzt gucken wir mal ob der kona noch lädt er lädt noch also er würde jetzt so lange laden bis der ionic 5 die eingestellten 30 prozent akkustand erreicht hätte und das wäre sicherlich für den kona schon eine ganz ordentliche ladung also ich gehe mal davon aus da wären wir wahrscheinlich bei so 60 prozent hier bei dem auto 2,6 kw leder das ist natürlich eine tolle angelegenheit ja natürlich will ich jetzt nicht den kona mit dem ionic 5 aufladen aber es zeigt zumindest das funktioniert mit dem vehicle to load und man kann im notfall auch mit dem ionic 5 als energiespender ein liegen gebliebenes elektroauto wieder in gang bringen wobei das eher ja die ausnahme ist dass man mit dem elektroauto mal liegen bleibt also ich hatte das noch gar nicht aber wenn es mal vorkommt kann man sich mit dem ionic 5 behelfen jetzt werde ich aber erstmal wieder alles abstecken und zurückpacken weil wie gesagt ich möchte den kona nicht damit aufladen und hier betätige ich jetzt einfach wieder den knopf schaltet das damit aus das grüne licht ist ausgegangen und jetzt drücke ich am schlüssel auf öffnen wenn ich denn den schlüssel finde das ist der von kona da haben wir den schlüssel ich drücke also hier auf aufschließen und jetzt sollte auch der adapter abziehbar sein jawohl so ist es jetzt habe ich ihn schon in der hand ich mache hinten die klappe wieder zu und dann kommt er wieder in das behältnis zurück wo er reingehört zack weg damit dann hierüber lässt sich die klappe wieder schließen war ich sogar zu spät sie war zu lange offen dann geht sie auch von alleine zu also nach rund einer minute eineinhalb minuten schließt sie sich von alleine funktioniert einwandfrei machen wir die heckklappe noch zu da fährt sie runter und wir sehen das schicke heck des ionic 5 muss ich natürlich noch den kabelsalat hier wegräumen ja leute das war dann also der test zur vehicle to load funktion des hyundai ionic 5 funktioniert einwandfrei ich gehe davon aus dass er die 3,6 kW auch wirklich dauerhaft zur verfügung stellen kann weil hyundai hält in der regel das was sie versprechen und das wie gesagt ist eine richtig tolle funktion wenn man also mal campt oder ähnliches hat man immer seine riesige akku powerbank mit dabei oder wenn der strom mal zu hause ausfällt kann man hiermit auch zur not noch relativ stromhungrige verbraucher damit versorgen dafür gibt es einen daumen hoch von mir das gefällt mir das soll es dann aber auch schon für das heutige video gewesen sein wenn ihr fragen habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch da und ein abo ist ja wohl obligatorisch und zwar passt dir das nächste ionic 5 video ach, mir ist heute es auch kein so viel vopleGHter wenn ihr